und ich hoffe auf der einen und vor allen dingen auch auf der anderen art und weise familien adäquat ja das ist die hoffnung die hier hoffentlich nie aussterben wird ja und wir haben ja eine menge forschung gemacht guckt euch das mann jetzt weil ich schon irgendwelche forschungspunkte jetzt zeigen wir sind hier doch nicht bei ksp auch wenn ich das gefühl hatte wie bei ksp zu sein was haben wir hier haben neugierig auf gruppen einsamer genuss und was haben wir ja gunst der ahnen weil tempel schatz deaktiviert hat die kinder heutzutage wissen gar nicht mehr was für freude ist es okay sehr schön ich würde mal sagen wir gehen mit der jungen dame erst mehr zurück zurück gehen wohin denn genau hier um genau zu sein damit wir dazu den shopping center kommen ich weiß jetzt gar nicht wie lange die junge dame jetzt überhaupt noch urlaub hat und und so weiter und so fort ich habe so ein bisschen den überblick verloren aber so ist das halt manchmal so hallo da ist er wieder grundstücksmerkmale ja so willkommen in den dschungel kitami hat den rahmen eines mietpakets praktischerweise haben wir noch mal was bekommen sie will duschen okay ich würde mal sagen wir lassen sie direkterweise sogar duschen es ist glaube ich auch extremst nötig da singt sie herum komischerweise läuft sie dann nicht mehr wie ein roboter rum das ist immer ein bisschen irritierend dann halt beim duschen da müssen überhaupt durch aber da kommt die hyöne zurück guckt euch mal an wie hier die hyöne zurückkommt das hält ja keine aus die hyöne ist ja ich da haben wir ja jetzt erst mal den ganzen dreck hier runter müde ist sie ulkweise gar kein stück obwohl sie jetzt so ewig so lange so viel und so krass wach war das ist echt der hammer ich würde mal sagen dann machen wir hier auch mal ein bisschen mal wat essen essen transformieren nee das auch nicht wir kochen mal was sie könnte sich ein ups salat machen ja ein ups salat einzelne portion ja ist nicht verkehrt ja schönes buch kannst du wieder weg legen so spannend ist das buch nicht danke sehr für die aufmerksamkeit jetzt ist er am schnibbeln im urlaub da geht die messerfertigkeit los guckt euch das mal an das ist ja genau was was los jetzt stehst du da rum hat ein leck oder was jetzt überlegt jetzt muss erstmal booten aha sie hat das geht hier echt hart ab noch mehr schnippelein jucha sagt sie und dann schwuppdiwupp alles in die schale da habe ich gerade die decke reingezogen ja hier ist die decke auch weiß ich kann egal egal welches haus ich reingehe die decke ist weiß warum also das mit das das müsste man auch noch ändern dass man die deckenfarbe ändern kann wäre schon geil wäre echt super wenn das gehen würde so das haben wir dann einmal bitte ob salat essen dann gesehen wo geht sie hin dafür geht sie raus oder ja sie geht tatsächlich dafür raus sie geht zu dem platz hin wo wir diese moderation hatten wegen der milch da liegt auch sogar noch das buch aber so kann das dann halt manchmal gehen ja da sind die mücken unterwegs yummy yummy schmeckt nicht übel halten sie ist richtig glücklich war sie glücklich das geht ja fast gar nicht mehr so glücklich wie sie ist wir schauen mal nach was denn jetzt hier noch zusätzlich steht da haben wir einmal schön dekoriert wegen guter umgebung dekoration sorgen für eine schöne umgebung und dann hat sie natürlich belebende dusche gehabt wegen dusche hohe qualität eine tolle dusche macht wirklich den unterschied bereit der welt gegenüber zu treten so da ist wohl noch was neues was haben wir denn da ein hochgefühl ein gut umsorgter sim ist ein glücklicher sim so futter reihen laufen sehr schön super wie die futter reihen laufen so futter reihen gehen rein ja dann kannst du das hier mal bitte aufräumen dann kannst du auch mal das buch hier aufräumen weil es ist ja schlimm hier hier bitte mal weg legen bisschen ordnung sollte schon sein ach dafür geht sie dann dorthin okay ich verstehe schon ja müde ist kein stück aber dies kein stück müde so da ist die junge dame und ich weiß echt nicht wie lange der urlaub noch geht zu gemeinsam urlaub einladen plaudern mit gesellschaft des ereignis grundstück einladen ich weiß es nicht wo kann ich sehen wie lange sie noch eigentlich hat karriere einschlagen geht nicht fähigkeiten da wird es nicht drin ist schien spezierung inventar ich weiß nicht wie lange sie jetzt den urlaub hat das hat sie noch mal neues buch geholt finde ich ja super not rarely bitte ist drinnen das ist drinnen haben wir was zu bezahlen ist auch eine kohle konter fürs bezahlen da ne ne ist irgendwie nicht okay so was will ich mal gucken ob ich es mittlerweile noch mal was kaufen kann gehen wir mal bis hier hin bis hier hingehen danke sehr vielleicht sollte ich noch mal ein paar kleinigkeiten holen hier haben wir noch mal so eine schöne so einen korb haben wir denn da noch mal die figürchen ja ist ja alles super da schreit noch jemand aber der verkäufer irgendwie habe ich das gefühl ich kann hier nichts mehr großartig holen danke dass du noch mal liest du sollst nicht lesen aber irgendwie kann ich ja auch nichts holen das ist gerade so ein bisschen problem ich habe gehofft dass ich hier noch mal eine maräte kriege oder sowas kann ich hier bei dem gemüse was machen auch irgendwie nicht das wäre geil noch mal so hier beim gemüse mäßig so urlaub auf dem bauern das ist eine zwiebelpflanze 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 kartoffeln noch mal kartoffeln was ist das da oben tomaten strauch dann wird auch nur tomate sein aber die anderen geht leider nicht okay aber zwiebeln tomaten ist recht gewöhnlich das haben wir schon irgendwie immer das haben wir schon ein paar mal gehabt das ist jetzt nicht so ich sagen würde wow nee ist es nicht wir können uns aber hier mal unterhalten archäologie tisch kaufen die haben wir forschung zu über kaufen ich gucke mal noch mal nach ob das mittlerweile endlich mal was anderes da ist so was haben wir denn da jubel haben immer noch band 1 akustik gitarre das ist alles gleich ist der gleiche ist der gleiche ist der gleiche es hat sich hier nichts verändert schade 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 weißt du was ich jetzt sage ich gehe jetzt einfach noch mal in den dschungel so wir gehen noch mal in den dschungel rein muss ich natürlich andere musik hier ausmachen weil sonst hier crossover musik jetzt schauen wir mal nach also jetzt haben wir hier mit entdecke die dschungel geheimnisse jungel von sowieso hier ist ein fragezeichen ist voller fragezeichen hier ist das jetzt hier neu sitzt aufgetaucht dieser tempel ja ist nicht so genau darauf geachtet da ist noch mal ein weg lang da unten wäre auch noch mal fragezeichen ja okay dazu müssen wir aber hierhin reisen zu den park da unten das machen wir natürlich alleine ja schwierig ich jetzt auch nicht weiß wie lange ich noch zeit habe das ist das problematische daran ich weiß es einfach nicht hier hätten wir noch mal was zum buddeln naja buddeln einfach mal normal aus ohne ausgrabungsstätte anlegen oder so wobei halt warte mal wir lassen es einfach noch mal da liegen ich will mal gucken ob ich jetzt noch mal einen anderen weg hier nehmen kann glaubt das ist jetzt gerade irgendwie interessanter zu wissen weil da kann ich ja immer noch buddeln das ist jetzt nicht die hürde da kann ich noch machen vor allem ich kann sie ja auch sogar sozusagen ewig buddeln lassen mit dem nächsten urlaub woher komme ich dann hier lang oder wie ist ja auch ein bisschen blöd dass ich da erst dann komme wenn der urlaub soweit durch ist so dann wollen wir mal hierhin teleportieren weil die die treppe die treppe sei die die dings will ich immer noch nicht nehmen also die ja die brücke will ich immer noch immer die sieht immer noch sehr dings aus unvertraulich ja sie ist zwar recht schlank und sehr recht leicht aber seite dark souls 3 dlc habe ich so und so und so und so ein brücken technisches problem leute die dark souls 3 gespielt haben die wissen ganz genau was ich meine und für die leute die es nicht gespielt haben ja pech gehabt dann kann ich nur sagen leute spiel das mal was ist da der tempel ist jetzt nicht zugänglich da er auf mystische weise neu strukturiert wird schau nach einem tag wieder vorbei er wird neu strukturiert coole nummer so wisst ihr was wir da machen dann machen wir mal eine ausgrabungsstätte anlegen der tempel wird neu strukturiert das ist ja mein ding das heißt also anscheinend kann man den immer wieder und immer wieder betreten und dann wird die rätsel vielleicht auch anders angelegt oder sowas irgendwie sowas in der art kann ich mir zumindestens gut vorstellen dass dem so ist ja wir lassen jetzt mal ein bisschen mehr die zeitmaschine laufen damit wir hier noch ein bisschen was rauskriegen halt das wieder normal und vor allen dingen damit der urlaub auch ein bisschen vorbei geht weil ich habe überlegt dass ich im urlaub dann trotzdem einmal sims aufnehmen falls dieses event was her gibt also ich denke mal die werden ein oster event machen das heißt also eigentlich was ihr jetzt geht nämlich noch vor dem urlaub auf und das oster event nämlich dann im urlaub auf und danach ja keine ahnung müssen wir sehen wie wir dann weitermachen dann möchte ich nämlich auch gerne dass sie dann halt die ganze sachen erforscht die sie herausgebuddet hat da wird jetzt noch einiges hinzukommen können wir ja mal richtig powerspeed machen machen wir ja genau hol mal ein bisschen was raus das ist jetzt ein bisschen wie bei ksp könnt ihr euch erinnern so wenn ich diese forschungsdaten dieses scan daten gemacht habe also wir sind ja dann haben wir diesen scan satelliten gehabt und da hat er verschiedene im scannen bereiche gehabt und einmal vorsillen hoffentlich wird sie nicht gestochen okay dann kann sie mal weitermachen ja also wie gesagt haben wir diese scan daten gemacht und dann ist ja dieser da sieht ein paar mal um diesen planeten oder den monden oder jedenfalls was auch immer herumgerüst und dann haben wir das auch auf beschleunigung gemacht und ich denke mal das ist jetzt hier auch so ein bisschen legitim weil okay das haben wir jetzt ein paar mal gemacht beim ersten mal ist es ja noch ganz spannend beim zweiten mal auch noch wenn ich jetzt aber die zeitmaschine einfach mir so laufen lassen lassen einfach aus der tatsache heraus dass wir sie sowieso aus dem urlaub heraus bekommen müssen weil ich möchte das event schon gerne mit ihr machen weil sie soll ja sowieso alles machen sollen können da geht natürlich auch ihr balken hoch wie wir hier sehen hatte faktvergänger dreckklumpen hat sie noch mal rausgekriegt ähm dann hat sie noch mal dreckklumpen rausgekriegt und sie legt sich einfach mal dahin so jetzt schauen wir mal nach haben wir denn hier noch mal eine möglichkeit irgendwo hinzugehen hier natürlich jo machen wir das mal ja mal dahin reisen schubidubidu da läuft sie schon entlang und jetzt haben wir hier wieder ein bisschen andere musik die sims musik oh ja die sims musik und da sind wir schon gut so jetzt muss ich mal kurz mal gucken haben wir hier was zum forschen haben wir ja nicht zum forschen an den bädern ich hätte jetzt hier wüsste wir lassen mal die zeit mal normal laufen oh ja hier haben wir jedenfalls was ja das ernten wir mal danke sehr dann nehmen wir hier auch natürlich auch noch mal einen ableger ist nicht verkehrt das haben wir dann schon mal mitgenommen aber hier oben sieht es dann eher magerquark aus nach gar nicht doch da eine ausgrabung städte anlegen natürlich so wenn der tag jetzt durch ist das heißt dann haben wir um an dem morgigen tag das heißt wir haben gleich ja 21 uhr wie wir hier sehen dann könnten wir theoretisch oh wo ist das denn das da sprudelnde quellen achso das ist hier der gang achso hier dieser quelle dann könnten wir theoretischerweise auf der gedanken in den tempel nochmal reingehen ja genau das war jetzt der satz beendung die satz beendung und apropos satz beendung wir machen erstmal hier auch ende und sehen uns dann morgen beim ausbuddeln und dann vielleicht dann wieder nach nulle wehr uhr beim tempel eingang um dann in die tempel nochmal rein zu gehen in dem sinne euch alle einen schönen tag bleibt soweit gesund lasst euch nicht ärgern und shirri oh o